Ja, Jan Heinen, knapper, aber doch verdienter Sieg am Ende noch. Ja, war ganz gut. Bist du glücklich mit dem Ergebnis vom Wochenende, weil gestern hat es ja dann leider noch 5 Sekunden Spoiler bekommen? Ja, wir waren jetzt alle drei Rennen Erster geworden, aber dann in den ersten zwei immer noch 5 Sekunden gekriegt. Und jetzt halt noch gewonnen, war ganz okay. Kannst du selber sagen, dass es deine Fehler waren, offen zugeben, oder waren andere daran schuld mit dem Spoiler? Wie war das gestern und heute Morgen? Ja, beim zweiten Rennen wahrscheinlich nicht, weil beim Start dann, wenn halt alles was eng ist und gedrückt wird, passiert halt. Kann man sowas nicht irgendwie versuchen zu verhindern, wenn du siehst, okay, es wird eng, dann vielleicht auch früher vom Gas gehen, oder ist das einfach in dem Moment dann nicht machbar? Könnte man schon, aber dann verliert man wahrscheinlich zum Vordermann halt zu viel und dann sind andere wieder vorne. Das ist schwierig. Gut, jetzt hast du es natürlich zum Schluss noch geschafft. Ein Sieg hast dir jetzt sicher, da kann dir jetzt kein Revers machen. Nächstes Rennen Oppenrot, wie sieht es da aus? Was hast du dir vorgenommen? Ja, auch wieder vorne mitfahren. Gut, dann drücke ich dir die Daumen. Danke dir für die super Show, die du uns heute gezeigt hast und gestern. Und danke schön. Danke.